Ich habe keinen Bock auf Masterball spielen mehr, ich habe schon gepackt, das ist nicht so nett, ich habe keinen Bock auf Masterball spielen mehr, ich habe schon gepackt, das ist nicht so nett, ich habe mich so Bock auf den Schick, aber ohne Spaß. Also, endlich mal raus zu spielen, was machst du am Wochenende jetzt? Na gut, jetzt? Na gut, jetzt? Soll ich aufhören? Ja, klar. Hey, Stefan, weißt du, wie ungesund das ist? Das bringt dich um. Rauch macht krank und süchtig, beginne es gar nicht damit. Amen. Vielen Dank.